Hi, ich bin Roland. Ich bin seit fünf Jahren bei der DotSource und bin als Entwickler eingestiegen und betreue jetzt die Bestandskunden. Ich habe hier angefangen direkt nach dem Studium, bin über einen Kumpel quasi hergekommen, also einen alten Kommilitonen, der schon hier gearbeitet hat. Der hat halt gemeint, DotSource ist mega cool, kommt auch mit dazu und das habe ich halt gemacht. Das Betriebsklima, das Arbeitsklima, das fetzt alles. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten hier zu arbeiten. Also ich fühle mich hier pudelwohl, kann man sagen. Man wird hier reingeworfen und man bekommt das schon beigebracht, was man wissen muss. Und das ist auch ganz cool so. Das heißt, man hat eben immer Betreuer, die einen an die Hand nehmen. Direkt am Anfang hat man auch so einen gewissen Welpenschutz, sag ich mal, wo noch nicht die Leistung erwartet wird, wo einem, ich sag mal, ein Betreuer an die Hand gegeben wird. Erst wenn man dann ein bisschen gezeigt hat, dass man das verstanden hat und dass man jetzt bereit ist, um mehr zu machen, dann werden einem erst verantwortungsvollere Aufgaben quasi übertragen. Also Irren ist menschlich und das ist vollkommen okay. Ich habe angefangen mit Java, also reines Java und mittlerweile mache ich halt so ziemlich alles, was Hybris angeht. Also das heißt eben Java Script, CSS, HTML und ganz normales Java, Java 8 benutzen wir jetzt meistens schon. Das sind so die Sprachen, mit denen man meistens unterwegs ist. Ansonsten kommen halt noch solche Sachen wie XML und Spring, Framework und sowas dazu. Die Nerfgang ist quasi Pflicht, einfach um sich zu verteidigen. Ansonsten ist mir der Willkür der Kollegen quasi schutzlos ausgeliefert. Und genau, nach dem Mittagessen oder so ist eigentlich eine kleine Runde am Kicker auch Pflicht. Wir haben jetzt auch eine PS4, also das heißt FIFA ist ganz groß im Kommen. Gerade jetzt, wenn der Winter wieder anrückt, dann ist FIFA Saison. Das heißt, da wird dann auch einfach mal geschrieben, ob jemand nicht Bock hat und dann geht es einfach los. So etwa einmal im Monat haben wir uns auf die Flagge geschrieben, eine große Party zu schmeißen. Oft auf der Dotswurst-Terrasse, wo es auch mal feuchtfröhlich werden kann. Außerdem gibt es eben noch die Team-Events, das heißt, wenn man seinen Team-Lead mal höflich bittet oder sagt, ey, los jetzt, Team-Events, dann macht er das hoffentlich und dann wird meistens abgestimmt, auf was die Leute so Lust haben und dann teamet das einfach durch. Einen Abend unter Kollegen und das ist eigentlich immer mega lustig. Ja, also ich bin bei der Dotswurst-Hacker, weil ich gerne code.